willkommen zurück im neta wir sind auf dem rückweg jetzt mal wirklich wieder dann geht es auch mal wieder auf der oberwelt weiter aber neta neta netherrack gott gott können wir uns trotzdem wieder noch mitnehmen ich bin ja falsch bei der spitzhacke geht der ebert kaputt und das muss eigentlich reichen wie fahrt denn das auch hier ja 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 auf jeden fall muss ich den zugang noch besser machen vielleicht dass man gar nicht so weit hoch geht sondern einfach unten weiter nach geradeaus weiter baut und irgendwann später nach oben brischt aber da hat man vielleicht pech dass man genau auf die lava stößt mal gucken ja 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 ich wenn So, Abmarsch. Äh, noch eine Spitzhacke habe ich nicht. Oh, wir haben zwei Bögen. Deswegen ist der Ende schon fast kaputt. Dann wäre der wieder komplett heiler, also spare ich es mir noch. So, Abmarsch. So, Abmarsch. So, Gastrin 3. So, Abmarsch. So, Abmarsch. So, Abmarsch. So, Abmarsch. So, 42. Ähm, die kommen damit hin. So, Abmarsch. So, Abmarsch. So, Abmarsch. So, Abmarsch. So, Abmarsch. Irgendwas von unten nach oben. Rezepte verfügt aber keine Ahnung was dort ist. Oh zack dann können wir nochmal anschmeißen das Ding. So die komische Goldaxt. Ich bin mal interessiert eigentlich was das für ein Fluch Sensor aber gut verdammt da waren ja auch noch Goldnuggets oder Goldklumpen. Das ist ein Quarzblock den haue ich mal im Himmel drinnen. Okay das Holz ändert Fleisch noch. Okay. Oh ne. Ups. Doof. Und jetzt habe ich keine Spitzack. Leck mich am Arsch. Ich packe jetzt mal die Bögen wieder aus. Achso die Lohanrouten habe ich auch noch. Hatte ich nicht noch irgendwo. Das Holz da. Achso. Hochstein. Klar. Aber interessant man kann die wieder seitlich auch noch legen. Das spielt hier dadurch keine Rolle. Ne. Das ist dann quasi so ein bisschen wie so ein Baumstamm. 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 Ja. Oh couple. Hehe. Ciao. 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 Ich glaube fast, das muss ich aktiv mal austauschen. Okay, es ist noch nicht hell genug. Okay. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Scheinbar verschwinden die echt ohne was zu droppen dann Okay, na klasse, der muss verschwinden Okay, na klasse, der muss verschwinden Okay, na klasse, der muss verschwinden So, ich glaube das kommt nicht so cool Jetzt brauche ich doch nochmal eine Spitzsacke, Mist Ach ja, jetzt habe ich auch keinen Stellen, ach leck mich doch Ach so, dann können wir gleich hier nochmal nachlegen So Ich glaube ich mache das so ein bisschen random Und haue jetzt hier dann das Schwarze rein Ach Macht also doch einen Unterschied bei denen Ach, Bus beim Schwarzen nicht Krass So, und dann geht es hier in der nächsten Folge wieder weiter Ich bedanke mich Bis denn her